Der Drache ist aber hartnäckig. Schnappt euch alles, was nicht hier schon anbelangt. Der Drache schaut alle ein. Ich muss nur noch einmal Tränke zusammenpacken. Nein, oder Sofengarde! Sturmwälde! Holt sie! Ein Laderraum. Seht. Ach, ob ihr ir... Welche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Think. Okay. Fattus, dann gehen die andere. Bei Blumen eines Holz, resiste! Halt den Kaiser! Der Fluch! Der Fluch! Der Fluch! Der Fluch! Nein! Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist! Wartet einen Moment! Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig! Geschlossen! Zu, ob ihr das knacken könnt! Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier... Entspannte! Es sind so aus! Ich habe es nicht in der Höhe, die Christendale anb policieren. Alles gut! Es ist ein Hecht! Es ist eine Prozession! Ich habe die Vorstellung geschaffen! Was ist das? Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullia ist. Ich werde sicherlich abholen, wenn es sein Rappen ist. Ich werde sicherlich abholen, wenn es sein Rappen ist. Ich werde sicherlich abholen, wenn es sein Rappen ist. Geht nach, ob der Weg frei ist. Vielleicht kommen wir nicht mehr zurück. Geh! Das war's für heute. Was ist das hier? Gehtos! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.